Einen wunderschönen guten Tag bei Satisfactory. Der Plan für heute, wie gestern schon angekündigt, wir müssen die Rotorin automatisieren. Und den können wir hier wirklich den Rest fertig machen. Da kommt glaube ich auch der Weltraumlift. Was ich bloß noch gesehen habe, wenn wir hier mal beim Strom gucken. Guck mal, wir sind schon über unsere maximalen Kapazität. Wenn alle Maschinen laufen würden, wenn wir 195 brauchen, haben wir aber nur 90, dann würde hier alles ausfallen. Also wir müssen einmal kurz Strom dazu bauen. Das nützt alles nichts. Ich denke mal, dann bauen wir gleich zwei, oder? Dann sind wir auf der sicheren Seite. Materialien haben wir dank der Automatisierung genug. Der müsste so... Nee, 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 nee. Soll genauso stehen wie die anderen. Stehen die so? Ja. Der müsste hier hin. Der müsste aber einmal gedreht werden. Der müsste so stehen. Sehr schön. Gut. Das Problem ist, ich glaube, die sind auch schon mittlerweile... Ja, die sind so gut wie leer und biotreibstoffmäßig wird nichts mehr produziert. Oha. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich glaube, das reicht gerade ebenso. Das wird auch Zeit, dass wir weiterkommen. Auch wenn ich eigentlich nicht hetzen will und ich auch nicht hetzen mag. Wir müssen richtig Kohledinger kommen, die sich selber selbstständig versorgen. Sonst kriegen wir nämlich echt hier ein Problem auf Dauer. Das nützt alles nichts. So, der hat ja noch gar nix. Hau rein. Hau hier rein. Sehr schön. Wer braucht ihr denn auch? So, die haben wir jetzt, glaube ich, alle versorgt, oder? Den haben wir gerade. Den haben wir gerade. Den haben wir. Den haben wir noch nicht. Sehst du mal? Und ich glaube, die hatten wir auch, ne? Ja. So, da müsst ihr noch einmal reingucken. Dann müssen wir die hier bloß mit anklemmen. Damit wir strommäßig auf der sicheren Säule sind. Der bin ja drin? Doch. Uns geht das Biozeugs aus. Das ist natürlich nicht so schön. So, warte mal. Die haben den auch mal neu gebaut. Haben wir ihn noch frei? Einen können wir noch anklemmen, ne? Ja, das ist hier momentan nix Halbes und nix Ganzes. Das ist ja hier. Das müssen wir alles hier ein bisschen ordentlich ermerken. So, der kommt dann doch mit ran. Und der neue kommt auch mit ran. Zumindest dürften wir jetzt drohmäßig erstmal wieder versorgt sein. Jo, jetzt haben wir eine Kapazität von 250. Und maximal, wenn alle Maschinen laufen, 195, weil da kommt ja einiges zu. Gut. Den gehen wir rüber. Wir brauchen, ich glaub das, ich guck hier nochmal. Schrauben und auch Eisenstangen. Für den... Dings und Booms, für die Rotoren, genau. Ja, hier, Schrauben und Eisenstangen. Das will ich jetzt aber nicht abzwacken von da. Weil das Zeug brauchen wir öfters. Das heißt, wir bauen jetzt einmal eine Schrauben- und Eisenstangenproduktion da oben nochmal auf. Und lassen das gleich reinliefern in die Rotorenproduktion. Ob das strommäßig so hinhaut, wen wir sehen. Das hier lüft zumindest. Das sieht auch noch alles ziemlich abenteuerlich aus, ehrlich gesagt. Aber das kriegen wir schon hin. Das weht schon. Auf jeden Fall. Einmal hoch. Müsste er so langsam aber sicher hier schon ein paar... Ich hab das ein paar Minuten laufen lassen. Ja, 36 Stück sind da schon drin. Das erste Mal. Ich hoffe, das haut hier platztechnisch noch hin. Wir werden es sehen. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Schmieden. Oder... Warte mal, die Stangen brauchen nur 15, ne? Wir müssen es mit einer Schmiede machen können. Wir müssen einmal Stangen zur Schraube machen und einmal Stangen lassen. Wir kriegen es mit einer Schmiede hin. Produktion durch Schmelzöfen. Aber die soll ja trotzdem symmetrisch stehen und einigermaßen mittig. Passt dann. Dann müsste passen, ne? Dann müsste passen. Dann zwacken wir das Milch ab. Die müssen wir natürlich auch Eisen machen. Von hier unten mit. Auch wenn wir es von hier abzwacken könnten, weil der kriegt hier volle 60 rein. Aber allerdings, wenn unten was angeschlossen ist, nicht mehr. Gut, jetzt muss ich mal kurz zu gehen. Wir müssen auf jeden Fall da nochmal so ein Förderlift dranklemmen. Irgendwie. Der ungefähr auf die gleiche Höhe, wie der da müsste. Ist das ungefähr die gleiche Höhe? Ungefähr, ne? Und da müsste mich denn hier einmal rüber, gerade wenn es geht. Von dort in einmal gerade hier rüber. Hier wäre, ja, da passt schon. So, und damit wir hier gerade rankommen. Sehr schön. Dann dürfte der da unten mich abzwacken. Dann kriegt der hier auch nur noch seine 30. Genau, die er braucht. Dann passt das schon. Ja. Dann kriegt der hier 30. Der kriegt 30. Sobald er denn läuft. Von da aus müsste das erstmal ein Konstruktor und der Konstruktor müsste das zu Eisenstangen machen. Den müssen wir dann ein bisschen hier hinstellen. Aber warte mal, wir müssen es ja erstmal spalten. Wir brauchen ja erstmal ein Sniffelstück. Ein Splitterm, genau, genau. Der so dicht wie möglich ran ans Maschinchen. So. Wohl die Barren, die hier rauskommen. Die sollen ja auf zwei Seiten verteilt werden. Das könnte eng werden, ne? Ah, mal gucken. Auf jeden Fall Konstruktor. Dreh um. Genau. Andersrum. So rum. So. Einen stehen wir hier hin. Wenn es passt. Sehr schön. Der zweite müsste hier neben. Und damit es symmetrisch ist, müsste der so stehen. Ja. Gut. Laufweg haben wir hier nicht mehr viel. Aber es passt noch. Der müsste nämlich einmal von hier die Barren. Naja, ein bisschen ordentlicher, ne? Ungefähr so. Damit es hier gerade reingeht. Sehr schön. Dorn. Und von hier denn natürlich auch. Auch ein bisschen ordentlicher, wenn es geht, mein Freund. Das ist immer noch nicht ordentlich. Moment. So ein Stück zu lang. Ein kurzes Stück. Sehr schön. Von hier denn gerade. Du sollst das Ding im rechten Winkel durchziehen. Der müsste bis hier. Genau. Bis zur Stange. Okay. Nee. Das Fließband. Ja. Ich weiß. Ich bin da manchmal überbingerlich. Achso. Ja, ja. Genau. Aber es soll halt auch ordentlich aussehen. Dann geht da so ein bisschen D-Bone rein. Der müsste Eisenstong machen. 15. Die er hier ja auch kriegt. Hier denn auch nochmal Eisenstong. Hier kriegt er ja ebenfalls die 15 durch das Spalten. Das ist sehr schön. Und den müsste hier vorne nochmal einer. Also von dem oder dem ist eigentlich egal. Der hier raus nochmal Schrauben macht. Den müssten wir jetzt aber eigentlich genau davor setzen können. So. Sehr schön. So. Der macht aus den Eisenstong dann wieder Schrauben. Genau. Sammeln sich zwar ein paar Eisenstong an, weil er nur 10 pro Minute braucht. Und hier vorne müsste dann der Fabrikator, der die Schrauben und die Eisenstangen kriegt, um daraus Rotoren zu machen. Die können wir wahrscheinlich jetzt gar nicht bauen, weil wir keine Rotoren einstecken haben. Ich dügel. Hab die mal wieder vergessen. Ja. Das nennt sich Vorbereitung, ne. Vom allerfeinsten. Mal wieder nix am Start. Das ist sowas untypisch. Ich hole mir eben die vier Rotoren. Anderlei. Die Rotoren sind am Start-up mit dem Fabrikator nach oben. Und dann sollten wir die Rotoren hier auch locker laufen haben. Wollen wir hier rüber. Danke. Danke. Ein bisschen mittig hinstellen, wenn es jetzt passt. Genau. Den müssten wir jetzt hier hinkriegen. Na, 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 na. Mittig soll er schon stehen, mein Freund. Ah, hier vorne bündig mit der Kante. Ich weiß nicht, ob das halt noch passt mit dem Container, ne. Wir stellen lieber so hin. Bist du aber eigentlich. So, du sollst auf jeden Fall Rotoren machen. Der braucht. Auha. 100 Schrauben pro Minute. Gut. Auf optimal kriegen wir das Ding aktuell nicht getrimmt. Das können wir später alles gerne machen. Und 20 Eisenstangen pro Minute. Ja, gut. Hier laufen natürlich nur 40 Schrauben pro Minute raus. Das ist viel zu wenig. Und hier auch nur 15 Eisenstangen. Also auf 100 Prozent wird der definitiv aktuell nicht laufen. Und das wird so nicht passen. Der muss wohl, der nach hinten. Aber wir haben zumindest das ganze Ding schon mal laufen. Das ist doch auch schon mal was. Ah, ist vielleicht ein bisschen weit. Ah. So ist schon okay. Wie gesagt, weit entfernt von optimal. Ich glaube, wenn ich den hier so einen rechten Winkel mache, kriege ich den da nicht mal rumgezogen. Ja, oder? Mal gucken. Na, na, naja, gut. Haben wir halt mal hier so ein Schlinger-Fliesband. Den ziehen wir dann von da nach dort. Fakt ist, aber den müsste er auf jeden Fall. Nicht mit voller Leistung, aber er müsste arbeiten. Da kann man später mit Energiezellen wieder ein bisschen was pushen. Dafür müssen wir aber erstmal das Erzfass hochkommen. Ein bisschen pushen, sonst wäre das nichts. Dann müssen wir allgemein den Miner hoch pushen. Wahrscheinlich auch die Fließbänder. Aber eins nach dem anderen. Das sollte auf jeden Fall so arbeiten. Dann geht der Container jetzt ran. Damit wir zumindest schon mal einen Teil der Dinger automatisch produzieren. So, der Container soll natürlich symmetrisch mit dem stehen, aber auch symmetrisch mit dem Ausgang. Steht er so? So müsste er richtig stehen, ne? So steht er, glaube ich, mit dem hier. Jo. Und das Ding geht dann einfach hier ran. Sehr schön. So, Strom sollte jetzt eigentlich reichen. Kriege ich Strom, mag ich uns gucken, von hier abgezwackt? Ne, ne? Nein, der ist voll. Kriege ich Strom von da abgezwackt? Oh, ey, ich fahre hier irgendwann nochmal runter. Ja, würden wir zwar kriegen, aber ehrlich gesagt, soll ich hier später ja noch meiner hinwofür der Strom brauchen. Ja, das ist natürlich doof. Wir haben hier unten nichts mehr... Haben wir noch irgendwo... Ja... Wir zwacken von hier ab. Den stehlen wir dann auch immer da hin. Ich hoffe, das Kabel geht da jetzt nicht durch. Ne, geht vorbei. Sehr schön. Überwählen wir denn von denen noch einmal. Und jetzt wird es ziemlich eng. Wir müssen ihn in die Mitte kriegen, ne? Hier hin. So, dann wird der auf jeden Fall den hier versorgen. Kann der eben schon mal arbeiten. Der wird auf jeden Fall die zwei hier erstmal versorgen. Wunderbar. Und dann müssen wir aber trotzdem nochmal einen nach hier stellen. Ein Träumchen. Der wird dann den versorgen. Und den da versorgen. Es sollte so langsam aber sicher die Produktion hier anlaufen. Da kommen die Rohre. Hier müssen gleich die Schrauben kommen. Hier. Weit, 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 weit entfernt von optimal zu laufen. Wirklich weit entfernt. Aber ich wette, der braucht auch eine halbe Ewigkeit, um die Dinger herzustellen. Schrauben laufen jedenfalls auch rein. Der macht nämlich vier pro Minute. Strommäßig reicht das. Aber wir haben sie auf jeden Fall automatisch. Auch wenn das weit entfernt von optimal ist. Dann müssen wir definitiv später optimieren. Wir müssen ja auch noch ein bisschen Schönbau betreiben. Das sieht ja alles nicht schön aus. Dafür brauchen wir aber erstmal die richtigen Teile. Und unsere Betonproduktion, da will ich gar nicht drüber reden. Die ist alles andere als optimal. Da müssen wir definitiv auch nochmal bei. Zumindest lüft erstmal alles. Das ist doch schon was. Gut, 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 gut. Das heißt wir. Wenn... Jetzt mal kurz nach dem Strom gucken. Ob das jetzt überhaupt alles noch so hinkommt. Denn wenn wir den Rest erforschen, den wir im Hub haben. Und den bleibt uns sowieso nur noch der Weltraumlift, um weiter zu gucken. So, Strom mäßig. Sieht das doch eigentlich. Maximal 250. Wir verbrauchen wenn alles läuft 226,2. Und aktuell 143. Das geht, das geht. Sehr schön. Viewmaßemäßig muss ich mich unbedingt drum kümmern. Das wird echt noch ein Problem. Und Hub mäßig... Stufe 1 hat man abgeschlossen, ne? Eww. Hier fehlen heute noch die Sprungflächen. Die finde ich jetzt aber nicht so wichtig. Dafür brauchen wir auch 50 Rotoren, ehrlich gesagt. Die müssen ja erstmal erst produziert werden. Den hätte ich schon viel, viel lieber, den Schredder. Muss ich ganz ehrlich sagen. Farbpatrone. Wird benutzt so ein Muster aus Strukturen. Dann können wir es ein bisschen farblich gestalten, so. Customizer, das ist das für die Farbe, ne? Von hier haben Pioniere Zugriff auf Farbfelder. So wie Materialien und Muster. Alles klar. Und der Shop finde ich halt sehr, sehr gut. Darum werden wir uns jetzt als nächstes kümmern. Wählen wir aus. Beton kann ich auch nicht gleich reinschmeusen. Haben wir am Start. Sehr schön. Draht haben wir auch am Start. Rohre brauchen wir noch ein paar. Die packe ich schon mal drin. Und das sind Eisenplatten, ne? Gut, da haben wir jetzt natürlich auch nicht mehr super viele. Aber Rohre und Eisenplatten haben wir automatisch. Also holen wir uns die kurz. Auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich der Grund, weswegen ich hier alles versucht zu automatisieren. Damit wir immer, wenn wir die Materialien brauchen, sie eigentlich am Start haben und nur noch holen brauchen. Hier sind die Rohre. So, einer sollte reichen. Den Rest fehlt ja nicht mehr viel. Und Platten sind sogar voll. Und wir nehmen mal zwei Meter. Dann haben wir ein bisschen was auf Vorrat. Wir brauchen die ausständig. Zum Beispiel für Fließbinder. Klatschen dort jetzt noch Rohre. Den hauen wir den Shopsteen. Und den versuche ich mal, da wir ja ständig Beton brauchen, die Betondingspunkt zu optimieren, bevor wir da weitermachen. Rohre rein und hau die Rohre rein. Sehr schön. Abschicken. Sehr schön. Milestone erreicht. Du hast early access zu. Der Anti-Waste-Effort für Stress-Testing von Materialien... Jo, mein Freund. Ja, ja. Ich weiß. Der Shop. Dazu kommen wir noch, mein Freund. Dazu kommen wir noch. Wo seht ihr eigentlich? Da. Der Shop ist quasi für diejenigen unter euch, die es nicht wissen. Da kann man sich neue Baupläne, Rezepte kaufen für schickere Wände, schickere Fußböden, aber auch Dekosachen wie Statuen. Aber auch ganz andere brauchbare Sachen. Wie zum Beispiel die Wände, wo man Fließbänder durchführen kann und so ein Kram. Dafür braucht man sogenannte Coupons. Und die Coupons kriegt man, indem man Materialien, die man zu viel hat, in den Schredder jagt. Dafür, wenn wir extra noch was aufbauen, mal gucken was, das weiß ich noch nicht ganz, was wir denn dauerhaft in den Schredder laufen lassen. Damit sich die Coupons ansammeln. Allerdings werde ich das erst machen, sobald wir Kohlekraft haben, weil sonst sprengen wir hier echt irgendwann mal den Rahmen. Wir kommen ja kaum noch hinterher mit dem Biomasse. Ich werde da jetzt mal kurz gucken, ob wir da energiezellenmäßig was machen können. Denn wenn wir erstmal da die Sprungflächen frei forschen, ich möchte gerne alles forschen, auch wenn ich sie nicht wirklich brauche. Ansammeln tut sich das bestimmt. Ja, ja, Beton sammelt sich gut an. Wir haben hier halt nur das Problem, hier haben wir total missgebaut. Wir hatten ja, glaube ich, das Problem, dass der eine, das müsste ich mal gucken, lieferte nur 30 und einfach 60, ne? Genau, der liefert 60 pro Minute, während der nur 30 geliefert hat und die 45 pro Minute brauchen, ne? Das war das nämlich. Jo, der liefert 30. Das ist natürlich alles andere als optimal. Und, gut, da war ich noch neu im Spiel, da wusste ich es noch nicht. Einig total missgebaut. Der 60er war der hier. Genau, hier in dem Container läuft der 60er. Hier läuft 60 auf dem Band dran, wovon ich hier ja wieder 30 abzwacke, sodass der nur 30 kriegt. Und da läuft ein 30er Band, kriegt 30 dazu, das heißt, der kriegt jetzt 60. Der 30. Das ist eigentlich das gleiche wie vorher, nur umgedreht. Also, das Ding ist eigentlich Blödsinn. Den werden wir dann jetzt wegnemen. So, wir schließen es gleich wieder an. Das durch geht hier auch weg. Genauso wie der weg geht. So, einmal kurz die Fließbänder wieder fixen. Zack. Sehr schön. So, jetzt kriegt der 60, der 30. Die brauchen hier aber 45 pro Minute. New. Das heißt, meine Idee ist jetzt ordentlich, dass der jetzt volle 60 kriegt, den man Energiezelle hoch zu pushen. Dass der hier ein bisschen mehr Beton macht und 60 verbraucht, wie er kriegt. Und den wollen wir hoch pushen auf 60. Das heißt, wir brauchen eine Energiezelle für den. Eine für den, damit er 60 geht. Und zwei für den Miner, ne? Das heißt, wir brauchen vier Energiezellen. Und ich glaube, so viele Schnecken haben wir nicht. Aber, wenn ich noch richtig erinnere, müssen wir drei Schnecken haben. Ich sehe gerade, da ist eine. Uh. Uh. Schnell, schnell, schnell. Ah. Da willst du wohl keine Spuren verteilen, oder? Ja. Da müssen wir eine Snack in die Weg haben. Koste es, was es wolle. Das muss natürlich doof. Warte, wir nehmen die Rumpen hier gleich wieder weg. Aber hier muss eine ordentliche Rampe hoch. So. Zack. Zack. Fühl doch nur einmal da hoch. Schnell, 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 schnell. So, sammle ein. Wir müssen hier weg, bevor das Ding da seine Spuren verteilt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Oder ich lasse die erstmal stehen. Man sieht nicht schön aus. Ich habe die Vermutung, dass die Schnecken nass wurden. Dann können wir die später vielleicht nochmal einsammeln. Dann stellen wir mich jetzt erstmal kurz vier Energiezellen her. Da haben wir die Betonproduktion nämlich auch schon mal am Start. Und dann kümmern wir uns weiter um die Forschung. Ich hoffe, nur Strom hält jetzt lange genug durch, dass ich nur Biosatmasse gesammelt habe. Wir sind noch nicht bei den Grafwegen. So ist ein Allgeider nicht. Da sind die. So, Energiezellen. Wir brauchen vier Stück. Den machen wir auch mal alle vier. Dort geht ja Robi-Zugi. Sehr schön. Frachtas auch wieder am Anmarsch. Jupp. So, wir fangen jetzt an mit dem 60. 60 wird ja hier geliefert. Der kriegt da volle 60. Verbraucht aber noch 45. Das heißt, der kriegt hier schon mal ein Energiezählchen. Eins zumindest. Ich hoffe nur Strom macht nicht schlapp. So. Oh, 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 oh. Oh, der war der, war der, war der. So verbraucht er aber 67,5 die Minute. Das ist zu viel jetzt. Moment. So verbraucht er 62. Ich kann den nicht ganz so tacken. 60,3. Hm. Kriegt der nicht genau auf 60 eingestellt? Ah, das ist schwierig, ne? Das ist schwierig. Müsste ich den nicht eigentlich genau genommen einfach nur auf 15? Nee, ne? Dann ist er genau auf 100, ne? Ja, so haben wir genau 45. 15 pro Minute. Das heißt, ich müsste ihn auf 30 pro Minute machen. Nee. Ui, den jetzt genau auf 60 zu kriegen ist gar nicht so einfach. 62. 61. Aber sonst produziert der zu viel. 60,3. Das ist wieder zu wenig. 59,4. Immer noch 59,4. 59,8,5. Ah, so Millimeter genau. Jetzt sind wir wieder auf 60,3. Gut, lassen wir ihn auf 60,3. Dann hat er 0,03 Sekunden Wartezeit. Das ist ja noch kein Weltuntergang, ne? Aber verarbeitet er jetzt 60, sehr schön. Macht dafür 20,1 Beton pro Minute. Ich wusste nicht, dass es so genau ist. Wir dürfen damit zumindest auf 99 Prozent kriegen. So, aber schwieriger wird das hier. Der, der nur 30 kriegt. Das hier jetzt hochpushen würde erstmal nicht viel bringen. Machen wir aber trotzdem. Erstmal. Jetzt haben wir das gleiche Problemchen hier nochmal. Das wären 57, 58, 59, 60,75. Das ist eindeutig zu viel. Eindeutig zu viel. Gut, 60,3. Wieder andere. Das passt schon. Allerdings kriegt er ja jetzt bei weitem nicht genug Beton, ne? Bei dem, was der jetzt verballert. Das hat sich zwar ein bisschen was angesammelt. Deswegen arbeitet er jetzt kurz zu schnell. Allerdings lüftet der Container. Wo ja nur 30 reingehen, wird jetzt sehr schnell leer gehen, ne? Nicht? Ah, das kommt, weil das Ding da auch voll ist, ne? Normalerweise müsste der jetzt leer laufen hier. Das kommt nur, weil sich das jetzt alles angesammelt hat. Ähm, 30 pro Minute. Wie fährt der auf Lager? Nein, der läuft schon leer. Ah, guck, hier kommen jetzt die Lücken. Der müsste nämlich jetzt volle 60 liefern. Damit das Ganze hinhaut. Ah, das ist ein Unreiner hier, ne? Na gut, da müssen wir mal zwei rein. Dann kriegen wir Sinn. Sehr schön. Jetzt liefert der nämlich genau 60 pro Minute. Jo. Die 60 verbraucht er ja auch gut und 0,003. Aber wir kriegen jetzt beide 60. Beide sind gleich eingestellt. Die müssen jetzt eine Wartezeit von 0,03 Sekunden haben. Das lässt sich aber noch alles hinkriegen. Aber zumindest produzieren die jetzt anstatt 15 Beton pro Minute 20,1. Das wird schon. Der Container dürfte sich nicht weiter füllen, aber die sind ja eh voll. Im Gegenteil, dürfte sich sogar langsam ein bisschen leeren. Weil halt nicht genug geliefert wird, aber das ist plus minus 0, wie man sieht. Ich glaube, diese 0,001 Sekunde da macht nicht viel Unterschied. Der ist auch plus minus 0, oder? Der verbraucht sogar ein bisschen mehr. Warum? Der liefert 60, der dürfte ja auch nicht aus 60 liefern. Ah, hier kommt erst die Lieferung. Das war noch der Anfang. Alles klar. Besser kriegen wir die Betonproduktion aktuell nicht hin. Aber das dürfte sich ja so ruckezucke fühlen. Der Container ist ja irgendwann voll und es stoppt ja eh alles. Ja, das ist sehr schön. Dann haben wir das auf jeden Fall auch. Gut, dann können wir uns hier weiter um die Forschung kümmern. Wie gesagt, wir haben jetzt alles erstmal automatisch, was wir automatisieren können. Das heißt, wir kommen da jetzt aktuell sowieso nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier. Hier fehlt uns ja noch die Sprungpflicht. Und um die werden wir uns jetzt kümmern. Auch wenn wir sie nicht brauchen. 50 Rotoren, 300 Plotten. Fehlt noch ein bisschen was. Kabel, fehlt noch ein bisschen was. Das holen wir jetzt. Und bei Rotorien müssen wir echt mal gucken, was wir da überhaupt haben. Oh, die haben wir ja jetzt erst aufgebaut. Die lüft ja noch gar nicht. Richtig. Ich glaube nicht, dass wir 50 Rotorien haben. Ähm, erstmal Platten. Die waren hier vorne. Die Platten waren voll, ne? Dann passt das schon. Immer wieder zwei Blit hier. Wunderbar. Ähm, nicht darauf. Hier vorne hatten wir Kupfer. Hier habe ich schon richtig lange nicht mehr geguckt. Hier steht auch so aus. Als wenn hier alles still steht. Strom haben sie aber. Bestimmt alles voll. Jo. Kabellage ist voll. Nimm auch mal zwei mit. Die brauchen wir so ständig. Dann kann das hier zumindest weiterlaufen. Und ich glaube, hier haben wir auch, genau, hier ist Draht. Was? Das brauchen wir aktuell nicht. Und hier haben wir diese Kupferschieds, ne? Ja, ja. Die Bleche ist sehr schön. Das lüft alles. Hier. Speckil. Ist mal wieder am Klang. Kennen wir schon. Aber da lüft alles. Die Rotorien. Ähm. Knochenbrechen. Knochenbrechen. Sehr schön. Da muss ich jetzt nach Lugi-Lugi machen. Ich glaube nicht, dass wir die 50, die wir brauchen, schon drin haben. Das waren auch die Rahmen. Nö. Aber immerhin schon mal 23. Das war schon mal ein Anfang. Ja, wie gesagt. Aber auch gerade mal. Zu 41 Prozent. Weil der in ein paar Weitem nicht optimiert ist. Da müssen wir noch einiges mehr machen. Da reichen ein, zwei Energiezählen nicht. Aber eins nach dem anderen. Die versteckten Planten sind jeweils nicht das Problem. Obwohl ich das auch nicht einfach hochpushen kann. Weil dann reicht unten die Produktion nicht mehr. Wir müssen hier ja auch was einsammeln. Das hier wird schon etwas schwereres unterfangen. Sagte erst, hier müsste sich was ansammeln, ne? Jo. Gut. Was brauchen wir denn genau genommen? Ich packe erst mal das rein, was wir haben. Um die Rotorien selbst herzustellen. Bis die Produktion doch mal zu Podde kommt. Das werden wir schon sehen. Oh, ich bin echt mal gespannt, wie das später alles aussieht. Wenn alles ein bisschen nach Fabrik und so aussieht. Irgendwie freut mich das alles ein bisschen. Ich hätte mich damals schon mal intensiver mit dem Spiel beschäftigen sollen. So, die können auf jeden Fall rennen. Die Platten können rennen. Und die Kabellage kann rennen. Sehr schön. Wir füllen uns die Rotorien. Und zwar ganze 27 Stück. Dann gucken wir mal kurz. Wir können nur 12 machen, weil wir nicht genug Schrauben haben. Ja, gut. Dann wollen wir mal kurz schrauben. Dann stellen wir hier nochmal die Rotorien hin, damit wir die Forschung fertig kriegen. Was sein muss, muss sein. So, jetzt haut er gleich die 27 Rotorien, die fehlen. Den packen wir rein. Und den haben wir die Forschung auch abgeschlossen. Ein Träumchen. Hier, rennen wir mit. Von der Boa. Abschicken. In. Sehr schön. Jetzt haben wir die Sprungflächen. Ja. Ich meine, da werden wir uns sicherlich irgendwann mal mit beschäftigen. Aber ich sehe die jetzt im Moment nicht alles so wichtig an. Fakt ist, wir haben jetzt hier alles, was ging. Genau wie Stufe 1 und 0. Um auf Stufe 3 zu kommen. Weltraumlift Phase 1 abschließen. Wir müssen jetzt zwangsläufig auf den Weltraumlift. Der Weltraumlift ist das gute Stück hier. Ich meine, die Ressourcen sind nicht das Problem. Das haben wir alles auf Lager. Das können wir uns holen. Das Problem ist, wo stellen wir den hin? Guck mal, das ist ein riesen Teil. Das ist eben... Ja, hier vorne kriegen wir den auf jeden Fall nicht hin. Ich meine, wir haben hier jede Menge Platz. Allerdings möchte ich hier vorne eigentlich später das Lager stehen haben. Ist das schon wieder eine Schnecke? Oder ist das der Baum da? Ist der Baum, ne? Gerade so. Da müssen wir echt mal gucken. Ich meine, wir hätten da jede Menge Platz, ne? Hier war der hinten. Ich will nur gucken. Wir werden sowieso Platten unterbauen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist der 7x7 groß. Aber ich denke mal, hier werden wir ihn wohl hinkriegen. Ungefähr so müsste er. Aber halt den auf Platten. Denn es hat zwar eine ganze Ecke von uns entfernt, aber er steht uns zumindest nicht im Weg, ne? Das wäre quasi der Plan für morgen. Der Weltraumlift. Denn gucken, was die erste Stufe des Weltraumlifts braucht, damit wir mit der Hubforschung weiterkommen. Ich glaube nämlich, wir gehen jetzt auch so langsam Richtung Kohlekraftwerke. Und die brauchen wir dringend. Uns geht das echt mit der Biomasse langsam, aber sicher echt etwas viel hier. Gut, dann steht der Plan für morgen. Morgen steht alles noch in dem Motto. Weltraumlift. Das kriegen wir hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.